Hallo Bruderherz. Was machst du da? Ich suche eine Wohnung. Du suchst eine Wohnung? Ja, ich muss hier weg. Ich brauche meinen eigenen Platz. Ich habe die perfekte Wohnung gefunden. Sie hat zwei Zimmer, eine helle Küche, ein großes Bad und sogar einen Balkon. Und wie viel kostet die Miete? Naja, die ist nicht so billig. Die Miete kostet 800 Euro kalt. Und wie willst du dafür bezahlen? Du bist doch noch Student. Ich habe gehört, du ziehst morgen um. Wohin denn? In die perfekte Wohnung? Nein, die Wohnung war zu teuer. Ich werde in einer WG wohnen. Und hast du schon alles? Fast alles. Wir haben noch keinen Tisch für die Küche. Ich brauche auch eine Kommode für mein Zimmer. Du hast also schon ein Bett, einen Schreibtisch, einen Stuhl, einen Fernseher, ein Sofa. Ja, das schon. Wir haben auch einen Herd, eine Mikrowelle, einen Kühlschrank. Wir haben noch keine Waschmaschine. Ich kann aber bei dir meine Wäsche waschen, oder? So, hier sind wir. Mein neues Zuhause. Kannst du mir vielleicht helfen? Das ist richtig schwer. Wo sollen die hin? Du kannst sie an die Ecke stellen. Wir stellen das Bett vor das Fenster. Nein, besser neben die Tür. Oder hinter dem Tisch. Oh Mann. Jetzt sieht mein Zimmer gut aus. Die Lampe steht neben dem Bett. Das Bett steht an der Wand. Der Schreibtisch steht neben dem Fenster und der Fernseher steht auf dem Bücherregal.